Super viele Leute schauen ja unseren Podcast auf YouTube an und wir machen heute ein Thema, das kommt zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie das bei unseren Nutzerinnen und Nutzer ist oder bei dir, wahnsinnig oft in so YouTube-Werbungen vor. Ich glaube, du weißt schon, worauf ich raus will. Ja, also bestimmt Immobilie und dann auch Immobilie als Kapitalanlage, also Vermieter werden. Quasi so, genau, fast schon passives Einkommen. Ja, genau. Miet ist eine Immobilie und dann geht es Steilberg auf Richtung Reichtum. Ja, und es hat, glaube ich, auch für viele, gerade junge Leute, den Anreiz zu sagen, ich wohne selber zur Miete und bin dadurch auch örtlich flexibel, weil ich gerade vielleicht auch meine Karriere noch nicht so geplant habe. Ich kann mich jetzt noch nicht so sehr an einen Ort binden, aber andererseits wird meine eigene Miete halt letztendlich von meinem Mieter gezahlt. Das ist natürlich total attraktiv. Und naja, wann ist es jetzt eine gute Wahl und ist es wirklich so direkt der steile Weg zum Reichtum? Das diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Zaidie und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, so eine Immobilie als Investment, die klingt ja erstmal super, weil, ja, eben fast so ein bisschen nach passivem Einkommen. Du besitzt quasi was und der andere bezahlt das für dich ab und dann ist das irgendwann abgezahlt und dann bezahlt er quasi deine Miete in deiner gemieteten Wohnung. Und es gibt ja fast schon so eine, ja, so eine ganze Industrie, die das bewirbt. Also eben besagte Influencer, die wir von überall her kennen, aber auch die ganzen Makler, die Baufirmen, die Bausparkassen. Ja, genau. Also das darf man überhaupt nicht vernachlässigen. Also wir leben ja oftmals in dieser Social-Media-Bubble, wo irgendwie die ganzen Finfluencer, die ganz große Stimme sind und so weiter. Aber machen wir uns ganz klar, dass dieser ganze Immobilienmarkt durch eine riesige Branche dahinter, du hast es schon genannt, Banken, Bausparkassen, Immobilien, auch entsprechende, ja, Baufirmen sozusagen, ja, befeuert wird. Und da ist natürlich, so eine Immobilie wird immer als was ganz Solides hingestellt. Etwas, womit du praktisch keinen Fehler machst, ja. Es ist auch etwas, was dich natürlich total schön bewerben lässt, weil du hast natürlich tolle Objekte, die du dir erzeigen hast. Und da geht, ist ja ganz selten so, wenn du eine schöne Wohnung siehst oder ein schönes Haus, dass, wenn du eine beliebige Gruppe von x Leuten da vorstellst, dann wird die überwiegende Mehrheit von diesen Leuten, ach, werden irgendwie die Augenbrauen hochgehen. Also es ist ja nicht so, dass so ein Objekt nicht Leute, uns als Menschen irgendwie anspricht, ne. Das hat einmal sowas Heimeliges an sich, ja, es hat was Wertiges an sich und es drückt natürlich auch immer so ein Lifestyle aus, ja. Und ob ich jetzt selber drin wohne oder mir vorstelle, das gehört mir, ja, und ich kann das dann vermieten, so nüchtern oft mal diese Immobilie als Kapitalanlage, dieses Thema verkauft wird, ja. Und da geht es dann irgendwie um Renditen, die man damit erzielen muss. Am Ende ist es halt doch ein total emotionales Thema, bin ich mir sicher. Ja, am Ende kommt das Maskottchen, klopft auf die Steine und alles ist gut. Aber, naja, ob das jetzt halt wirklich so sichere Rendite und ein stabiles Investment ist, das schauen wir uns an. Und zwar vor allem auch so die Frage, ob du, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, der Typ dafür bist. Und das schauen wir uns an fünf Fragen an. Ich habe das leider erst jetzt bemerkt, mit diesen fünf Fragen habe ich mir wieder so ein bisschen selber ins Knie geschossen. Da kriege ich jetzt nämlich wieder diesen sieben Sünden, bist du mir wert, oh, von diesem, das ist so ganz schlimm. Ich weiß nicht, wer von unseren Nutzerinnen und Nutzer ist erst so abgeschrieben. Ich höre es gerade, ach, abgeschrieben. Und da kommt Nummer eins, also Nummer eins ist jetzt den ganzen Tag in meinem Kopf, Frage Nummer eins, bist du der Typ dafür? Und, naja, warum ist das wichtig? Die Lifestyle-Frage. Ja, genau. Weil du hast ja, also du legst ja jetzt erstmal Geld zur Seite, so sparst von deinem Gehalt was weg und sowas. Aber das Problem ist ja jetzt, du kaufst jetzt das Immobilie, dann ist ja das ganze Geld erstmal weg. Und du hast ja einen riesigen Schuldenberg. Genau, also das kann man jetzt auf zwei Arten sehen. Wir sind jetzt hier mit, bist du der Typ dafür, definitiv im emotionalen Bereich, man kann es aber auch ganz rational sehen. Ich mache jetzt mal das Rationale erst. Das Rationale ist eigentlich erstmal gar kein Problem. Du hast irgendwie Eigenkapital angespart, das hast du hoffentlich getrennt von deinem, mindestens mal von deinem Notgroschen gemacht. Also vielleicht auf einem separaten Tagesgeldkonto, vielleicht Festgeldkonto. Und jetzt steckst du diese paar 10.000 Euro, vielleicht sogar paar 100.000 Euro, wahrscheinlich eher ein paar 10.000 Euro irgendwie in eine Immobilie. Und rational kannst du sagen, naja, das steckt halt jetzt in den Steinen drin, das ist nicht weg. Das habe ich nur einfach umgemünzt von Euro auf ein Tagesgeldkonto in Mauersteine, Rohrleitungen und Parkettböden und so weiter. Okay, und dann hast du irgendwie einen Kredit am Laufen. Was weiß ich, 300.000 Euro, 500.000 Euro, 800.000 Euro, was weiß ich, in welchen Größenordnungen du dich bewegst. Und der Schuldenberg ist aber jetzt auch erstmal gar kein Problem, weil du kannst ja sagen, naja, so Bilanz, Vermögensbilanz, da stehe ich irgendwie mit, was weiß ich, 400.000 Euro in der Kreide, aber auf der Gegenseite, anderen Seite der Bilanz, habe ich aber eine Wohnung, die irgendwie, hoffe ich jetzt mal, keine Ahnung, mindestens 500.000 wert ist. Und hoffentlich ist es dann auch wirklich wert. Also erstmal gar kein Problem. Das war jetzt die rationale Seite. Aber die emotionale Seite kann natürlich lauten, so, boah, ich muss jetzt jeden Monat, was weiß ich, 1.500 Euro an die Bank bezahlen oder sowas in Richtung. Was ist, wenn ich meinen Job verliere? Was ist, wenn mein Mieter die Miete nicht überweist? Ja, wo nehme ich das her? Dann ist mein Notgroschen aber ganz schnell am Ende. Also das kann einem schon aufs Gemüt drücken. Die nüchterne Seite, diese rationale Seite zu sagen, hey, da ist aber Gegenwert und im allerschlimmsten Fall, naja, dann verkaufe ich das Ding und löse damit den Kredit ab. Ja, da gibt es sowas wie Vorfälligkeitsentschädigungen und so weiter, aber ich werde nicht arm, weil es steht ihm halt ein Wert entgegen. Der sollte einen schon erstmal etwas beruhigen, aber, deswegen hast du ja diese Frage auch gestellt, das sollte man sich halt vorher alles klar machen und dann nicht auf einmal hinterher im Bett liegen nachts und sich denken so, was habe ich mir nur angetan? Ja, und es kommen ja wirklich noch so Sachen dazu. Also diese Wohnung wird ja von Fremden bewohnt, nicht von dir. Das ist die Frage, wie gehen die jetzt mit deinem Eigentum um? Das sieht man Leuten nicht anders, man weiß nie, wie Menschen drauf sind. Und du bist halt auch dafür verantwortlich, wenn da jetzt irgendwas ist, keine Ahnung, Rohrbruch, irgend sowas. Und du bist im Urlaub, das ist halt deinen Mietern egal, ob du im Urlaub bist und die haben halt auch Rechte. Also wenn dich das jetzt stresst, ist ja ganz klar schon mal die Antwort nein, dann lieber Tagesgeld und ETF und lieber keine Immobilie für Rendite, so gut es auch klingen mag. Und da können wir nur sagen, sicheres Tagesgeld mit gutem Zins findest du in unserem Tagesgeldvergleich in den Shownotes oder wenn du googlest, Finanztip Tagesgeld, aber die Immobilie ist es in dem Fall halt nicht. Ja, also wieder so ein bisschen rationale, emotionale Seite. Jetzt die emotionale Seite erst mal als erstes. Ich glaube immer, wenn ich mit Immobilien zu tun habe, ganz egal übrigens, ob ich jetzt Vermieterin oder Vermieter werde oder ob ich selber drin wohne, naja, ich sollte schon einen gewissen Zugang zu der Hardware haben, sag ich jetzt einfach mal. Also wenn jede kleine Reparatur, jedes was an so einem Ding halt kaputt geht und da geht immer was kaputt, das wissen wir auch, selbst wenn du Mieter oder Mieterin bist, weißt du, dann ist mal der Rollladen kaputt oder dann fällt mal die Klingel aus oder dann passt irgendwas mit dem Internet nicht oder dann gibt es immer Probleme mit dem Heizungsanbieter oder sonst irgendwas. Ja, ich brauche schon ein gewisses Fäble dafür, mich um solche Dinge kümmern zu können. Das darf mich jetzt nicht völlig stressen und noch besser ist es natürlich, wenn ich mich relativ gut auskenne und vieles davon selber machen kann, weil das ist natürlich günstiger. Aber wenn ich jetzt auch kein Problem habe und ein gewisses Netzwerk in der Hand habe, das heißt, ich weiß schon, wen ich dann anrufen muss und das organisiere ich mir dann über das lokale Netzwerk, dann werde ich das auch als Vermieterin oder Vermieter gut machen können. Dagegen, wer mal so drauf ist wie ich jetzt persönlich, den das nämlich fürchterlich stressen würde, der überhaupt, ich habe da einfach überhaupt keinen Bock, ja. Ich hätte vielleicht ein bisschen, bin jetzt nicht ganz total handwerklich ungeschickt, aber ich habe mich nie damit beschäftigt, weil ich darauf einfach überhaupt kein Interesse habe. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich keine Immobilie habe, weil ich mich nicht damit beschäftigen würde, weil es mir meine Zeit einfach nicht wert ist. Ich hasse das, muss mal ganz deutlich sagen. So sehen, ich hasse es schon, wenn mein Auto kaputt geht, ja, das regt mich schon genug auf. Und wenn meinem Haus was kaputt geht, dann rufe ich meinen Vermieter an, ja. So, und das ist auch ein Recht, was ich mir mit meiner Miete schlichtweg einfach einkaufe. Und deswegen wäre für mich auch so eine Immobilie vom emotionalen Stress her einfach, ja, nicht gut. Rein rational muss man sehen, und du hast natürlich völlig recht, ja, dass Tagesgeld, Festgeld völlig stressfreier ist. Das muss man aber auch ganz klar sagen, ich nur dann im Vergleich zu einem Vermieter oder auch zu einem Eigenheim, ist das übrigens, vernünftig da sein werde, wenn ich genügend, wie man so schön sagt, Produktivkapital in meiner Geldanlage habe. Das heißt, nur mit Tagesgeld und Festgeld werde ich mit einem Vermieter nicht mithalten können. In aller Regel, außer da hat sich eine Schrottimmobilie angelagert. Das heißt, ich werde nur mit einer gehörigen Aktienanlage, ETF-Anlage, in meinem gesamten Vermögen, in meinem Vermögensaufbau mit Vermietern, mit Mieteinnahmen und auch mit Eigenheimenbesitzern mithalten können. Ich brauche schon etwas, was mein Geld auch wirklich jenseits der Inflationsrate vermehrt. Aber dann ist es natürlich, da sind wir wieder dabei, ja, der ETF-Anleger mit einer Kombination aus Aktien, ETF, Tagesgeld und Festgeld. Es ist erheblich stressfreier, als mit einer Immobilie zu tun zu haben. Dann kommen wir zu Frage Nummer zwei von meinen sieben Sünden, die du mir wert bist. Frage zwei, lohnt sich das überhaupt? Das klingt jetzt immer so ein bisschen läppisch fast schon, aber das ist ja eigentlich die entscheidende Frage und sie hat halt so viele Faktoren. Eine Immobilie ist ja schon, eine Immobilie ist ein wahnsinnig komplexes Objekt. Also es geht um den Kaufpreis. Wie viel bezahle ich dafür, bestimmt ja erstmal schon ziemlich stark, wie gute Chancen ich überhaupt, dass sich das lohnt. Und natürlich, was für mögliche Mieteinnahmen habe ich? Dadurch weiß ich ja erst, wie schnell sich das Ding überhaupt abbezahlen lässt, wenn überhaupt in meiner Lebenszeit. Welche Abschreibungen kann ich bei der Steuer machen? Und das sind ja, ich würde mal sagen, das sind sehr, sehr viele betriebswirtschaftliche und steuerliche Fragen, die da auf mich zukommen. Und naja, wenn du jetzt halt ein Profi bist, jetzt sagen wir mal, du bist irgendwie Immobilienkauffrau oder Immobilienkaufmann, dann kannst du sowas ja berechnen, wie hoch so eine Rendite ist. Da hast du das gelernt oder jemand, der Steuerberater ist oder so. Aber wenn du das jetzt selber nicht berechnen kannst und du hast doch niemanden, der das für dich machen kann, dann bist du allein deswegen doch schon raus. Ja, und ich würde sagen, es geht noch sogar ein Stück weit vorher los. Es geht nicht nur darum, das richtig berechnen zu können, sondern auch die Risiken richtig einschätzen zu können. Denn selbst wenn ich das jetzt berechnen kann, sagen wir mal, ich habe mir jetzt ein Excel gebaut oder ich habe das Excel irgendwo mir gekauft oder das Rechentool dazu gekauft und das ist auch ein gutes Rechentool, weil es gibt auch schlechte Rechentools dazu, da muss ich ja trotzdem was eingeben. Zum Beispiel den Wert des Objekts. Und der Wert des Objekts ist natürlich in dem Moment, wo ich es kaufe, das, was ich dafür bezahlt habe. Aber wenn ich es im nächsten Moment theoretisch wieder verkaufen kann, dann mag es sich verkaufen, dann sieht es womöglich anders aus. So, auf welche Risiken will ich raus? Naja, es kann sein, dass ich halt nun mal ein Objekt überteuert gekauft habe. Was das bedeutet, das kann zum einen bedeuten, dass ich einfach in einer Marktphase gekauft habe, wo die Gegend, die Lage ziemlich gehypt war. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass ich viel Konkurrenz hatte, dass es viele andere Kaufinteressenten gab und ich deshalb hochgeboten worden bin, dass ich halt irgendwie mal 50, 100 oder noch mehr 1000 Euro dafür zu viel bezahlt habe. Deswegen muss es noch kein Schrottimmobilier sein, aber der Preis kann dann einfach schlichtweg zu hoch gewesen sein. Und das kann sich natürlich, und das haben wir ja auch in den letzten Jahren gesehen, schon auch innerhalb einer relativ kurzen Zeit, jetzt nicht super kurz, aber innerhalb, sage ich mal, weniger Jahre zu mich ändern. Also immer wieder mal die Message, ja, Immobilien steigen nicht nur im Wert. Sie können auch mal sinken. Bis hin zu dem Risiko, dass ich halt was die Katze im Sack gekauft habe. Mit anderen Worten, mir halt diverse Mängel an dem Objekt nicht aufgefallen sind. Es gab ja, das ist wahrscheinlich auch vielen bewusst geworden, da eine Berichterstattung im Spiegel zum FinFrancern ImmoTomi, wo sich also mehrere Kunden beschwert haben, dass sie dort eben Objekte erworben hätten, die sich hinterher als, ja, mit deutlichen Mängeln besetzt herausgestellt haben. Das sind sicherlich ziemlich drastische Beispiele, aber es hat mir auch mal wieder gezeigt, leider, muss man ganz klar sagen, wie blauäugig manche Immobilien, unbedarfte Immobilienkäufer rangehen. Und das ist jetzt sicherlich nicht, das ist jetzt besonders drastische Fälle gewesen, aber die wird es sicherlich auch außerhalb dieses Komplexes um diesen FinFrancern ImmoTomi geben. Das kommt sicherlich öfter mal vor, dass Leute Immobilien sehr unbedarft kaufen und damit dann sich auch Mängel an so einem Objekt einkaufen, die auch übrigens nicht mehr sichtbar sind. Ja, das kommt dann vielleicht Jahre oder Jahrzehnte erst später raus, dass die Dämmung eigentlich Schrott ist, die im Dach ist, dass die Heizung eigentlich längst hätte ausgetauscht werden müssen, dass das Dachmängel, was auch immer, da kann man sich Altlasten einkaufen, die einem vielleicht nicht so bewusst sind. Das sind sicherlich immer ziemlich drastische Gefahren, auf die ich da hinweisen will. Aber aus meiner Sicht, auch aus was ich von früher so aus von Bekannten mitkommen habe, kaufen halt viele Leute einfach, oder bauen eine Immobilie, die relativ wenig Ahnung davon haben und auch relativ wenig externen Sachverstand da reinholen. Das spielt auch auf der Einnahmenseite eine große Rolle. Also es kann ja zum Beispiel sein, ich bin am Ende von so einem Hype und habe das noch gar nicht gecheckt jetzt in dieser Nachbarschaft. Und zum Beispiel jemand, der sich halt als Profi mit Immobilien auskennt, weiß so, in dem Neubau-Ding die Straße runter, da lassen sich die Wohnungen schon nicht mehr so gut vermieten. Über die und die Summe würde ich nicht gehen. Aber das weiß ich halt vielleicht gar nicht. Die Person weiß das halt. Und dann sitze ich halt da. Also das ist doch auch so ein, eine Immobilie muss ich doch eigentlich zu 100 Prozent verstehen, weil ich halt so ein großes Klumpenrisiko habe. Ich stecke ja wahnsinnig viel Geld da rein. Wenn ich jetzt ein Aktien-ETF, ich muss nicht von jeder Firma im MSCI World checken, was die macht, weil es streut sich über diese 1500 Aktien. Wenn ich jetzt bei einem Drittel davon nicht verstehe, was die machen, ist das schon, also da gehe ich schon ein höheres, sage ich mal, Nichtwissensrisiko ein. Aber es ist halt eine ganz andere Nummer als bei so einer Immobilie, wo ich alle Eier in einen Korb lege. Ja, ich skizziere mal so einen Weg, den ich von, ja, damals Freunden von uns auch ganz nah mitbekommen habe. Der ist jetzt sicherlich prototypisch. Ich glaube nicht, dass es immer so läuft, aber ich glaube, ich kann schon öfter so laufen. Also ein Pärchen will Kinder bekommen, stellt fest, ja, wir haben ganz nett Eigenkapital und vor allen Dingen können wir vorgezogenes Eier aber von den Eltern bekommen. Also da ist irgendwie ganz hübsches Eigenkapital da, aber natürlich wissen sie, dass sie immer noch einen hohen sechsstelligen Kredit aufnehmen müssen. So, also die finanzielle Seite ist eigentlich relativ geklärt, ja, und dann macht man sich einfach mal so auf und schaut sich mal Sachen an, weil man muss sich ja mal informieren. Und jetzt kommt es, ohne das so bis ins Letzt durchgerechnet zu haben, also da waren, glaube ich, damals, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube so 300.000 Euro Eigenkapital da, aber man muss schon, okay, unter einer halben Mille kriegen wir eh nichts, ja, und irgendwie nach oben offen. Aber genau halt auch nicht und wie viel Rate können wir uns eigentlich leisten und war nicht so klar. So, und jetzt haben wir halt in Deutschland, das war damals schon so und ist heute auch meiner Sache, wir haben halt einen, ja, letztendlich einen Immobiliennotstand oder Mietnotstand, also es ist eigentlich zu wenig Wohnfläche, zu wenig Wohnraum da. Was natürlich dazu führt, dass gerade bei guten Objekten, was auch mal gutes Objekt heißt, also begehrte Lage in erster Regel, bist du halt nicht der einzige Kandidat. So, also die damaligen Bekannten von uns schauen sich dann über, ich weiß nicht mehr welches Portal, egal, wird wahrscheinlich ImmoScout gewesen sein oder anderes, schauen sich ein Objekt an und noch ein Objekt und dann irgendwann beim dritten Objekt, oh, das ist aber jetzt wirklich schon schön, ja, da würden wir jetzt eigentlich schon zuschlagen wollen. Ja, und weil es natürlich ein schönes Objekt ist, sind sie halt nicht die einzigen, sondern eher so eine von 20 Interessenten. Und was passiert dann? Zeitdruck. Es kommt FOMO auf, ja, Fear of Missing out, wir würden es jetzt eigentlich haben wollen und wir müssen aber jetzt zuschlagen, weil der Makler will ja auch möglichst schnell sein Geschäft machen und vergibt halt jetzt dann und womöglich wird dann noch der Preis hochgetrieben. Und dann wird auf einmal in einem relativ begrenzenden Zeitraum eine Entscheidung über eine Investition von, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, aber irgendwie 600, 700.000 Euro auf einmal getroffen, was das teuerste Geschäft ist, was du in deinem Leben wahrscheinlich je machen wirst und du gehst, gefühlt machen sich die Deutschen bei dem Autokauf, informieren sich besser als bei dem Immobilienkauf. Das ist jetzt mal so eine böse Hypothese. Also darüber nachzudenken, dass wir jetzt einfach mal einen externen Gutachter reinholt, der dann, ja, der kann dann vielleicht mal 500 Euro kosten oder vielleicht sogar auch 1.000 Euro. Aber wenn der dir hilft, einen Kauffehler für, ich weiß nicht, 50, 100, 200.000 Euro zu vermeiden, der im schlimmsten Fall hilft, dass du das Ding irgendwann mal wieder mit massiven Verlusten loswerden musst, weil du es völlig über teuer gekauft hast, das ist mal eine richtig gute Investition. Bis hin zu, woher kriege ich eigentlich einen unabhängigen Gutachter? Worauf kann ich mich denn eigentlich verlassen? Ist jetzt der Sachverständige, der sagt, der Sachverständige ist wirklich so unabhängig, ist es okay, jetzt nochmal um den Ortstermin bei dem Makler anzufragen, der eigentlich total genervt ist und das an den nächsten, an den nächsten besten Kunden loswerden will? Also dieser ganze Kaufdruck, der da entsteht, führt aus meiner Sicht, wenn man sich in diesen Zeitdruck und diese, ja, diese Drucksituation begibt, schlichtweg mit hoher Wahrscheinlichkeit zu schlechten Entscheidungen. Dabei ist doch der Vorteil von dem Gutachter, selbst wenn der, jetzt sagt, das ist eine gute Immobilie und ich sie kaufe, dann bin ich natürlich besser, weil ich habe dieses Gutachten und ich hätte jetzt mal gesagt, für den Makler, wenn ich zu ihm sage, ich würde gerne nochmal hin, ich habe einen Gutachter mitgebracht, dann weiß doch immerhin der Makler, ich habe ernsthaftes Interesse, ich habe Geld für diesen Gutachter ausgegeben, also damit hinterlege ich doch eigentlich schon noch, dass ich das kaufen möchte, also ist ja kein negatives Signal eigentlich. Und ich glaube, warum viele dieser Geschichten heute jetzt, also in diesen Jahren jetzt nicht vorkommen, ist natürlich, weil selbst wenn damals schlechte Entscheidungen eigentlich getroffen worden sind, haben viele Leute einfach Glück gehabt. Warum? Weil der Markt in den letzten Jahren natürlich nochmal deutlich gestiegen ist. Selbst wenn nur jetzt ein Haus für damalige Verhältnisse, sagen wir mal in meinem Beispiel, die hätten das jetzt für 600.000 gekauft, was damals völlig, vielleicht überteuer gewesen, vielleicht wäre das Ding objektiv nur irgendwie 400 oder 500 wert gewesen. Es ist egal, weil die Hütte mittlerweile Millionen wert ist. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen, aber wir sind hier in Bayern, ist es jetzt nicht ganz unwahrscheinlich. Und dann ist es mittlerweile egal, ob du damals 100.000 zu viel bezahlt hast. Deswegen kommen aus meiner Sicht solche Geschichten heutzutage nur selten zum Vorschein, weil der ganze Immobilienmarkt in Deutschland halt so stark gestiegen ist, sodass die Fehlentscheidungen von damals letztendlich irgendwie gar keine große Rolle gespielt haben. Aber wehe, man stelle sich vor, dass das jetzt gerade passiert wäre, wo der Markt vielleicht so zumindest am stagnieren ist oder vielleicht sogar leicht am sinken, dann siehst du aber alt aus, wenn 100.000 zu viel bezahlt hast. Ja, es gibt ja keine Garantie, dass es nicht immer so weitergeht. Dann kommen wir zu Nummer 3 und das ist eigentlich so die Frage, warum ist die Immobilie auf dem Markt? Das klingt jetzt erstmal komisch, weil du sagst ja, das ist ein Neubau, der wurde halt gebaut und muss jetzt weg, wie so ein neues Auto. Das fällt in Wolfsburg oder Rüsselsheim vom Fließband runter, dann muss es halt verkauft werden. Naja, aber die Frage ist halt schon berechtigt, weil der Immobilienmarkt ist ja auch erstmal voll mit so, ich sag mal, professionellen und halbprofessionellen Anlegern. Und die Professionellen, das geht ja von wirklich großen Vermietern mit zehntausenden Wohnungen und die halbprofessionellen sind, ja auch ernst zu nehmen, die sag ich zumindest mal in dem Berufsfeld unterwegs sind. Und naja, sobald jetzt Immobilien angeboten werden, prüfen die natürlich diese Angebote und schlagen zu oder was wir ja gar nicht sehen, also einmal, die kennen natürlich den Ablauf, die rechnen das durch, was wir bei Frage 1 hatten, die wissen, wann sich das lohnt und was. Und was wir jetzt ja gar nicht sehen, die besten Angebote, die landen ja gar nicht mal unbedingt auf den Portalen, sondern da kennt, da kennt dann der Günther, den Franz aus dem Golfclub und der Franz hat dieses riesen Ding gebaut und sagt zum Günther, hey Günther, du bist doch irgendwie schon mal da. Naja, die haben halt die Kontakte und so kommt dann eins zum anderen und dann kauft man da halt die Filetstücke raus und wenn denen jetzt, sag ich mal, die unteren drei Etagen nicht passen, weil es einfach dunkel und laut ist, dann winken die da ab, aber die oberen drei Etagen kaufen sie halt. Und das kann ich halt gar nicht einschätzen. Also da bin ich ja komplett außen vor. Also ich habe ja wirklich das Risiko, ein schlechtes Geschäft zu machen, oder nicht? Ja, also absolut. Ich glaube, zwei Hinweise dazu könnten sein. Zum einen, man sollte sich ein bisschen überlegen, wie ist so dieses ganze Verkaufsgebaren. Also ich bin manchmal der Meinung, je glorreicher das gestaltet ist, je dringender man das Gefühl hat, die müssen das loswerden, der Verkäufer, aber aus welchen Gründen, desto kritischer würde ich hinschauen. Weil in vielen Fällen, nochmal, in den guten Lagen haben die das gar nicht nötig. Also da geht das Zeug eh weg, wie heiße Semmeln und die können sich eher nochmal den Käufer aussuchen und vielleicht sogar nochmal hochbieten. Aber wenn du das Gefühl hast, der Verkäufer ist schon wirklich sehr dringend, also dann kann man sich fragen, okay, vielleicht braucht er das Geld dringend, okay, das kann natürlich sein, weil das für irgendwelche anderen Geschäfte braucht oder sowas in der Richtung. Oder geht die Immobilie eigentlich nicht weg? Und wenn sie nicht weggeht, warum ist das denn eigentlich so? Ist da irgendwas, irgendwas falsch? Und dann kann man natürlich, wenn du jetzt von Eigentumswohnungen sprichst, ist natürlich ein sehr guter Hinweis immer auf die Protokolle der Eigentümerversammlung zu schauen. Weil da tun sich dann schon manchmal Abgründe auf. Irgendwelche Renovierungsbedarfe, irgendwelche Streitigkeiten, was man sich noch vorstellen kann, ist auch so etwas, was man sich ja leicht besorgen kann oder nicht leicht besorgen kann, aber was man sich besorgen kann und schon eine gute Quelle ist. Das sind alles so Sachen, ja, es ist einfach unglaublich aufwendig, die ganze Geschichte und man muss richtig viel Zeit reinstecken und sich aber gleichzeitig eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht zu sehr unter Druck setzen, unter Zeitdruck setzen zu lassen. Und da halt auch wieder das Argument für einen Gutachter, also sich jemanden dazuholen, wenn man es, wenn man, sag ich mal, jetzt nicht aus dem Bekanntenkreis hat und nicht das Fachwissen hat, sich das Fachwissen einzukaufen. Dafür gibt es diese Leute, dafür, die sind unabhängig, du gehst dann in einen Vertrag mit ihm ein und man kann natürlich immer versuchen, den Kaufpreis zu drücken. Also das ist auch klar. Wir Deutschen gehen immer so davon aus, dass alle Preise irgendwie fix sind, aber auch bei einem Neuwagenkauf würde ich jetzt prinzipiell erst mal probieren, was du noch so raushandeln kannst. Ja, also ich finde, ich muss da an eines denken, dass unser Analysechef, Philipp Küppers, so einen Immobilienkauf eigentlich mal als Einstieg in eine Unternehmung bezeichnet hat, zu sagen, naja, du kaufst da, sagen wir mal, für 500.000 Euro eine Immobilie und damit hast du ein 500.000 Euro Unternehmen an der Backe, weil generiert laufende Einnahmen im Fall von Vermietung oder es erspart dir zumindest Ausgaben, wenn du selber einziehst und gleichzeitig hast du natürlich auch laufende Kosten mit entsprechenden Bewertungsrisiken, ja, also viel oder wenig und, naja, so ein Einstieg in so ein, mein Beispiel, 500.000 Euro Unternehmen, den würde nicht jeder einfach mal so machen. Ja, da würde man sich schon mal, wenn dir jetzt jemandem Unternehmen 500.000 Euro zum Kauf anbieten würde, da würdest du erst mal ganz schön schauen, glaube ich, ja, so, ja, okay, aber weil es halt die Immobilie ist, das Haus ist und dem so diese Aura des Unfehlbaren, des Betongolts und so weiter umgeht, machen sich bei weitem nicht alle Leute. Es gibt sehr viele Leute und die habe ich auch im Bekanntenkreis, die unfassbar gut informiert in so einen Hausbau oder Hauskauf gegangen sind, viel mehr Mühe sich jemals gemacht hätten, als ich persönlich auch bereit gewesen wäre, da an Zeit und Mühe reinzustecken, die mit einem entsprechenden Netzwerk aus Architekten und Handwerk und so weiter da anrücken und so weiter. Jo, passt und von denen gibt es auch genügend. Aber wie ich schon gesagt habe, leider gibt es halt auch, kann ich nicht in Prozentsatz benutzen, Leute, die mit nicht so viel Ahnung an so eine Sache rangehen. Und generell bei der Finanzierung immer ein gutes Angebot einholen. Also falls du doch kaufst, unsere Empfehlungen für Baufinanzierungen findest du in den Shownotes und da kommen wir jetzt zur Frage vier. Es ist ja ein Renditeobjekt, du wohnst nicht selber drin und da ist jetzt die pikante Frage, kennst du die Rechte deiner Mieter? Also es klingt jetzt auch so, klar, die kann ich irgendwie nachschauen, naja, aber jetzt nehmen wir mal an, alles davor trifft zu und deine Immobilie rechnet sich für dich. Super Ausgangssituation. Naja, dann kommt ja jetzt das Problem, die Miete muss ja regelmäßig fließen, weil sonst würde es mit der Rendite nichts. Die Mieter schaffen die Rendite. Naja, aber du kannst halt das Problem haben, dass Mieter jetzt länger nicht zahlen und trotzdem drin wohnen bleiben, weil die haben halt Rechte. Zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, Trennung, Jobverlust, längere Krankheit und das ist in Deutschland ein sehr, sehr langer Weg von der ersten ausbleibenden Miete bis zur Räumung der Wohnung. Davon kann man jetzt erstmal halten, was man will. Es ist ja auch gut, dass die Rechte von Mietern geschützt werden in Deutschland, aber in der Situation, wenn man es mal aus der Perspektive sieht, ist das natürlich ein Risiko. Ich glaube, das ist für manche Leute und das wäre sicherlich auch für mich eine irgendwie recht heilsame Erfahrung, weil es als Mieter ist sozusagen der Vermieter immer naturgemäß irgendwo ein Stück weit der Gegner, auch wenn ich in meinem Leben das große Glück hatte, immer auf sehr faire Vermieter und Vermieterinnen zu treffen, auf die man auch gerne partnerschaftlich zusammengearbeitet hat. Also es ist auch nicht immer so, dass es nur ein Gegeneinander war, aber natürlich, die Interessenlagen sind erstmal grundsätzlich entgegengerichtet und wenn man dann auf der Vermieterseite steht, dann sieht man auf einmal ja, welchen großen Schutz, Mieterinnen und Mieter in Deutschland genießen, vielleicht den besten Schutz auf der Welt, also sicherlich ganz weit vorne, was dann als, jetzt müssen wir bei einem Unternehmer sein, als dann als Unternehmer, nämlich Vermieter, ein erhebliches Risiko darstellt. Und das ist übrigens auch ein Szenario, was aus meiner Sicht wesentlich realistischer ist, als was man immer so hört, die Mietnomaden, die die Wohnung komplett verwahrlosen lassen. Ja, weil es um Auszug geht, dann ist dann irgendwann schon mal was kaputt und so weiter. Ja, das muss man schon immer berücksichtigen, dass bei einem Mieterwechsel oftmals einfach Kosten anfallen. Das wird in vielen Fällen nicht ausbleiben. Aber realistischer ist halt, dass das große Risiko daran besteht, dass ich tatsächlich mehrere Monate keine Mieteinnahmen habe, weil der Mieter halt aus berechtigten Gründen, weil ihn das Gesetz da geschützt, nichts hat. und man hat natürlich noch weite Risiken, zum Beispiel Mietstreitigkeiten, Mietminderung, Heizung funktioniert nicht. Das kostet einen natürlich Geld, aber was man halt auch unterschätzt, das kostet dich natürlich auch wahnsinnig viel Zeit und Nerven. Also allein schon die menschliche Interaktion, was du vorhin auch gesagt hast, mit ich habe keinen Bock, diese ganzen handwerklichen Sachen machen zu müssen. Es kann ja auch sein, dass du keinen Bock hast, auf diese andauernde, dauernd mit irgendwelchen Leuten zu tun zu haben und da irgendwas zu regeln. Das ist ja auch ermüdend. Und jetzt kannst du nicht sagen, ja, dann hole ich mal eine Hausverwaltung. Ja, aber die macht das halt auch nicht für umsonst. Also hier wieder Geld, dann hast du weniger Rendite. Also wenn man da prinzipiell keine Lust drauf hat, dann ist die Immobilie als Geldanlage doch schon raus. Genau. Und vor allen Dingen, jetzt kann man natürlich sagen, Augen auf bei der Mieterwahl. Augen auf bei der Wahl des Ehe, bei der Partnerwahl. Ich glaube nur, dass das gar nicht so einfach ist. Also selbst wenn du jetzt irgendwie da auf die hohen Daten schaust, also Einkommen, Qualifikation und so weiter, Alter der Kinder und das spielt ja alles eine Rolle. Also was weiß ich, eine Trennung, schreckliche Scheidung ist halt zum Beispiel nur ganz schwer vorherzusehen. Nur mal das Beispiel zu nehmen und ebenso bei wenn ich einen Jobverlust und so. Also da sind so viele Risikofaktoren, die nur schwer zu kontrollieren sind. Klar kann ich mir natürlich schon gut verdienende Mieter da reinholen, die im entsprechenden Alter sind und so weiter, wo ich dann die Risiken irgendwie minimiere. Aber ausschließen lassen die sich sicherlich nicht, auch wenn ich da versuche, mit möglichst viel Menschenkenntnis ranzugehen. Und dann sind wir auch schon beim letzten Punkt, Nummer fünf. Und das bringt uns eigentlich so ein bisschen, jetzt werfen wir quasi einfach den Tisch um zum Schluss. Naja, ist das Eigenheim vielleicht die bessere Lösung? Und das ist ja so ein bisschen so eine Variante, die fällt natürlich in diesem ganzen, sag ich mal, in dieser ganzen Werbe-Influencer-Maschinerie so ein bisschen hinten runter. Aber du hast natürlich mehr Kontrolle über dein Eigentum, weil du wohnst selber drin und die Miete fließt natürlich garantiert, insofern garantiert, wie du halt verdienst, weil du zahlst dir die Miete ja selber. und das ist wirtschaftlich gesehen kein Selbstläufer. Dazu können wir auch, also es gibt Folge 182 Immobilie kaufen, 2024 dazu. Aber es fällt natürlich vieles weg. Also du hast nicht diese Pflichten als Vermieter, du musst wegen Mieteinnahmen dem Finanzamt nicht irgendwie was vorrechnen in deiner Steuererklärung. Und es fällt ja schon auch dieses Ding weg, man sagt ja sonst immer so, das schnellste Auto der Welt ist so ein Mietwagen ohne Selbstbehalt. Und don't be gentle, it's a rental sozusagen. Und das ist ja natürlich bei einer Mietwohnung theoretisch. Niemand, also die meisten Leute gehen sehr sorgsam mit ihren Mietwohnungen um. Aber falls dich der Gedanke daran stresst, ist das Eigenheim natürlich eigentlich ein Vorteil. Weil klar, du bist nicht mehr so mobil, aber du hast halt Kontrolle darüber, was da drin passiert. Und wenn da drin jemand was kaputt macht, dann bist du halt wenigstens du selber. Bringst du dein eigenes Auto am Baum gefahren sozusagen. Genau. Also muss man, glaube ich, auch wieder die rationale und die emotionale Seite unterscheiden. Rational ist das Quatsch. Ist das Eigenheim die bessere Wahl? Nein. Muss man ganz klar sagen. Warum? Die Objektsuche ist von den Anforderungen her genau die gleiche. Du willst in beiden Fällen ein günstiges Objekt in einer guten Lage kaufen. Was auch immer das bedeutet? Natürlich würdest du wahrscheinlich, weiß ich nicht, fürs Eigenheim suchst du was anderes, weil du dann wahrscheinlich was für deine Familie suchst und es ist wahrscheinlich größer. Dagegen wissen wir alle, ja zum Vermieten sind halt eher tendenziell kleinere Wohnungen besser und leichter zu vermieten und natürlich auch leichter zu finanzieren. Aber grundsätzlich ist die Objektauswahl und die Sorgfalt und der Aufwand, den du da reinstecken solltest, kein großer Unterschied. Also natürlich solltest du bei deinem Eigenheim auch nicht blauäckiger sein, als wenn du jetzt es zur Vermietung kaufst. Und was natürlich ganz klar auf der rationalen Seite fürs Vermieten spricht, ist natürlich die steuerliche Seite. Dass ich sehr viel mehr von meinen Kosten und Abschreibungen Geld machen kann. Also auf der steuerlichen Seite rechnen sich Immobilien als zur Vermietung definitiv mehr. Auf der emotionalen Seite gibt es aber da gar keine Frage. Wie du gesagt hast, du hast viel mehr unter Kontrolle und du kannst halt auch vor allen Dingen dir aussuchen, zum Beispiel in welchem Zustand du das Objekt, das Haus oder die Wohnung haben willst. Also wenn ich selber drin wohne, dann kann ich halt entscheiden, ob ich jetzt, was weiß ich, ob mich der kaputte Rollladen jetzt wirklich stört, weil ich sowieso in dem Zimmer kaum bin oder nicht. Einen Vermieter, dem kannst du nicht sagen, es kann doch dir wurscht sein, ob das Fenster da hinten jetzt, ob da Licht reinkommt oder nicht. In meinem Beispiel, da kannst du es dir halt einfach nicht aussuchen. Und genau, weil es halt dein eigenes Ding ist, in dem du selber drin hast, dann machst du das wahrscheinlich auch ein Stück weit lieber, weil du unmittelbar den Vorteil hast. Im anderen Fall, wenn du was reparierst, egal ob du jetzt Geld reinsteckst oder ob du es selber machst, machst du das ein Stück weit für jemand anderes, nämlich für deinen Mieter, der einen Vorteil darauf hat. Und deswegen machst du es einfach nicht so gerne. Und deshalb hat es von der emotionalen Seite abgesehen, von den ganzen Gestaltungsspielräumen, die natürlich bei einem Eigenheim heißt, da ein Eigenheim, sehr große Vorteile. Aber letztendlich gibt es da auch kein Besser oder Schlechter. Es ist beides eine Frage von Lebensstil und Lebensrealität. Den steuerlichen Aspekt machen immer sehr viele Leute gelten, das ist auch richtig. Aber das muss man halt gegen den ganzen emotionalen Aspekt, den Stress letztendlich damit schlichtweg auch aufrechnen. Ja, dann sind wir eigentlich schon am Fazit angekommen. Und eigentlich ist es so, wenn man jetzt bei den ersten vier Fragen viermal Ja gesagt hat, dann ist es eine gute Option. Aber ich würde sagen, die zwei wichtigen Dinge, die wir den Leuten mitgeben können, ist so, schlafen nochmal drüber und bleib halt skeptisch. Also da wird natürlich gerne viel versprochen. Da geht es um viel Geld auf dem ganzen Markt und vor allem bei eben so angeblichen Rundum-Sorglos-Paketen. Also genau da aufmerksam sein, das Geld für den Gutachter vielleicht doch investieren, weil was eben zu gut klingt, um wahr zu sein, ist halt wahrscheinlich auch zu gut, um wahr zu sein. Und ich würde zum Schluss noch mit einem ganz wichtigen, mit einem wichtigen Argument auf der rationalen Seite kommen. Der Punkt ist nämlich der, ja, es gibt Alternativen. Das ist auch eine ganz wichtige Message. Das ist das alte Thema Kaufen oder Mieten. Wenn ich mir jetzt mit dem Gedanken spiele, eine Immobilie mir zur Kapitalanlage zu kaufen, dann geht es mir offensichtlich in allermeisten Fällen erstmal um die Rendite. Und dann habe ich irgendwie so im Kopf, hey, damit lässt sich richtig Kohle verdienen und ein Vermögen aufbauen. Und dann sagen wir dir hier, ja, wenn wir, wie du gerade gesagt hast, diese fünf Fragen mit Ja beantworten kannst oder zugunsten der Immobilie beantworten kannst, dann kannst du das schon machen. Aber sei dir bewusst, dass es eine sehr viel pflegeleichtere Alternative gibt, die wir ja auch zum Beispiel in unseren YouTube-Videos durchgerechnet haben, ja, da verlinken wir dir auch eins in den Shownotes, wo wir nicht durchgerechnet haben, dass auch ein völlig durchschnittlicher ETF-Anleger mit einem Vermieter, mit also einem Immobilienkapitalanleger durchaus mithalten kann. Ob wer jetzt am Ende nach, was weiß ich, 30, 40, 50 Jahren besser abschneidet, lässt sich kaum vorhersagen. Weil es hängt zum einen davon ab, wie gut der Aktienmarkt gelaufen ist, das lässt sich auch ganz schwer vorhersagen und dann macht es halt einen Riesenunterschied, ob du langfristig 5% Rendite machst oder 8%, macht einen gigantischen Unterschied im ETF-Depot und auf der anderen Seite lässt sich nur ganz schwer vorhersagen, wie sich denn zum einen der Immobilienmarkt insgesamt und zum anderen deine konkrete Immobilie tatsächlich im Wert entwickelt und beides ist so unplanbar, da gibt es aber durchaus zahlreiche Szenarien, wenn du das Geld, das du eigentlich in die Immobilie gesteckt hättest, auch obwohl du dann wenn du das nehmen würdest und in den ETF anstecken würdest, obwohl du ja dann keine Mieteinnahmen kassierst, ja, keine Mieteinnahmen kassierst, aber natürlich auch keinen Kredit abbezahlen musst, keine Kosten hast und so weiter, am Ende ist es beides total sinnvolle Optionen, es hängt total davon ab, zum einen vom Aktienmarkt, zum anderen von der konkreten Immobilie, wie du kaufst, so dass dir keiner sagen kann, das eine ist das Bessere oder das andere, sei dir nur bewusst, dass es eine vernünftige Alternative und auch eine, ja, durch die Streuungen im ETF jetzt nicht wahnsinnig viel risikoreichere Alternative gibt, als Vermieter oder Vermieterin zu werden. Die Zukunft ist halt immer ungewiss, das Einzige, was gewiss ist, sind die Fragen am Ende von unseren Folgen und dafür komme ich jetzt definitiv in die, in die Überleitungshölle für dieses Ding, aber die Fragen an Saidi, die erste kommt von Tommy K4, Hazer EDI, macht es Sinn, Fonds zu verkaufen und in ETFs zu investieren? Also grundsätzlich, ja, ist die pauschale Antwort an Tommy. Ich würde darauf achten, dass wenn, also zum einen, es steckt da dahinter, die entsprechenden Fonds, dass die teurer sind als ETFs. So ein typischer Fonds, der in vielen Fällen dann ja aktiv gemanagt ist, hat wahrscheinlich eine Verwaltungsgebühr von irgendwie 1,5% pro Jahr, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht aber auch deutlich mehr, gibt auch deutlich teure Fonds, die auch über 2% pro Jahr kosten und typischer ETF hat halt irgendwie 0,2, 0,3, 0,4%. Das macht natürlich vom Kostenunterschied her schon einen gewaltigen Unterschied. Wichtig ist nur, dass ich halt gleich mit gleich vergleiche. Also wenn das jetzt ein internationaler Aktienfonds ist, ja, dann kann ich den mit einem internationalen ETF vergleichen. Das könnte aber auch ein deutscher Aktienfonds sein, ja, den müsste ich theoretisch dann mit einem deutschen Aktien-ETF vergleichen, vielleicht denke ich mir aber auch, eigentlich war das Quatsch, einen deutschen Aktienfonds zulegen und ich möchte es lieber, weltweit streuen. Es muss nur auch ein bisschen die gleiche Kategorie sein, es gibt ja auch sehr konservative Fonds, zum Beispiel Rentenfonds oder Geldmarktfonds und so weiter. Wenn ich das jetzt in den Aktien-ETF schmeiße, dann, naja, vergleiche ich Äpfel mit Birnen. Das kann man natürlich nicht so einfach machen. Message nur an der Stelle, übrigens, bei dieser ganzen Überlegung spielt das Timing überhaupt keine Rolle. Es spielt überhaupt keine Rolle, wo der Markt steht. Wenn die Kurse gerade unten sind, tief sind, dann verkaufe ich da und verkaufe relativ günstig auch ETFs und die Kurse gerade oben sind, dann verkaufe ich teuer und kaufe relativ teuer so gesehen ETFs. Also das kann ich jederzeit machen, wenn ich feststelle, meine Fonds, die mir meine Bank irgendwann mal verkauft hat und so in meinem Depot sind viel zu teuer, naja, dann kann ich das sofort machen, weg damit und im gleichen Risikomaßstab, sozusagen im gleichen Verhältnis ETFs kaufen. Also quasi einfach gleich mit gleich vergleichen und auf lange Sicht gesehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Fonds besser läuft, ist ja sehr, sehr gering, auf die geringeren Kosten schauen. Genau. Und dabei halt auch mein gesamtes Geld, mein gesamtes Vermögen im Blick halten. Also wenn ich jetzt feststelle, ja, ich habe jetzt da relativ konservative, zum Beispiel Rentenfonds oder sowas im Depot und habe aber mein Aktienanteil in meinem gesamten Vermögen ist viel zu gering, naja, dann spricht auch nichts dagegen, diese relativ sicheren Rentenfonds zu verkaufen, das Geld in Aktien-ETFs zu stecken. Bei solchen Entscheidungen in der sogenannten Asset Allocation, also wie viel Risiko gehe ich, sollte ich aber immer mein gesamtes Geld im Blick behaben. Und die zweite Frage kommt von Jojo. Hey Saidi, wenn ich ganz am Anfang meines Vermögensaufbaus stehe und den Pauschbetrag noch nicht ausschöpfen kann, macht es dann Sinn, Kursgewinne über Teilverkäufe zu realisieren? Ja, grundsätzlich kann man das schon machen, das haben wir ja auch schon öfter mal angesprochen. Es gibt da eigentlich im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder mein Geld in ausschüttende ETFs investieren und über die Ausschüttungen dann meine 1000 Euro ein Stück weit angraben. Und wenn ich das nicht gemacht habe, wenn ich das über 1000 thesaurierende ETFs gemacht habe oder auch Gewinne mit ausschüttenden ETFs erzielt habe, dann kann ich tatsächlich insbesondere am Jahresende, also so Richtung Dezember, ein bisschen was verkaufen und mit dem, dadurch einen Teil dieses Verkaufes versteuern und die Steuern eben darüber abfangen, dass ich da meine 1000 Euro Pauschbetrag ausnutze. Auch das kann ich wiederum auf zwei Arten machen. Entweder ich stelle einen Freistellungsauftrag bei meinem Depot, bei meiner Bank oder ich zahle da erstmal Steuern drauf und hole mir die im nächsten Jahr mit der Steuererklärung wieder zurück. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Wenn ich dann das Geld wieder anlegen sollte, dann würde ich typischerweise ein bisschen warten, weil sonst könnte die Bank vielleicht ein bisschen komische Fragen stellen. Aber es ist überhaupt kein Problem, so einen Betrag zu verkaufen und den ein paar Tage später dann wieder anzulegen. Ich kann theoretisch auch in einem anderen ETF wieder anlegen oder solche Späße. Da ist erstmal grundsätzlich überhaupt keine Schwierigkeiten zu erwarten. Was ich davon nicht erwarten sollte, dass es am Ende einen Riesenunterschied macht. Das haben wir schon mehrfach bei Finanztip ausgerechnet. Wir reden da von Optimierungsvorteilen, die bewegen sich im einstelligen Prozentbereich, sage ich jetzt mal so, dass ich hinterher, wenn alles abgerechnet ist, ich vielleicht ein paar Prozent, absolut nicht pro Jahr, sondern absolut ein paar Prozent mehr nach Steuern im Depot habe. Also insofern muss man sich damit auch keinen riesigen Stress machen, aber es spricht nichts dagegen, vor allem, wenn ich mich ein bisschen beschäftigen möchte, meinen 1.000 Euro dadurch solche Teilverkäufe auszunutzen. Dann haben wir es auch schon geschafft. Vielen Dank, Disaidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und falls dir die Folge gefallen hat und du unserem Podcast eine gute Bewertung geben möchtest, würden wir uns darüber natürlich total freuen. Ganz egal, wo du ihn hörst oder schaust. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, darüber würde ich mich auch freuen, auch von meiner Seite. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.